hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren video von mir bevor wir heute mit den spannenden themen beginnen möchte ich mich einmal für dieses unglaubliche jahr 2020 bedanken bei euch denn ohne euch wäre dieser kanal nicht dort wo er heute steht wir sind extrem angewachsen im laufe des jahres ich bekomme sehr häufig sehr viel zuspruch natürlich auch kritik die ich in den meisten fällen akzeptieren kann wenn sie eben konstruktiv ist und auch wenn wir dieses jahr durch die pandemie natürlich nicht so leben konnten wie wir das eigentlich möchten und wollten hoffe ich natürlich dass ihr trotz des jahres sehr sehr schöne erlebnisse haben konntet dass ihr eine schöne zeit hatte und natürlich auch in das euch die videos die ich hier produziere in gewisser weise helfen konnten ich werde natürlich auch im kommenden jahr weitermachen das ziel ist definitiv über 300 videos auch im kommenden jahr zu produzieren also fast täglich neue videos zu veröffentlichen um euch auf dem neuesten stand zu halten wie gesagt ein riesiges dankeschön erstmal für eure ganze unterstützung im jahr 2020 und ich hoffe doch dass der trend im jahr 2021 so weitergeht und dabei geht es natürlich nicht nur um die preisentwicklung von verschiedenen coins sondern auch dass natürlich die adoption zum beispiel weiter voranschreitet ich wünsche euch nun heute ein wunderschönes silvesterfest ich hoffe ihr könnt das im kreise eurer familie oder freunden eben entsprechend feiern und zusätzlich hoffe ich natürlich dass ihr wunderbar ins neue jahr rutschen könnt das heißt also heute gucken wir uns noch mal drei sehr spannende themen an quasi am letzten tag 2020 und morgen geht es dann in alter frische aus dem neuen jahr quasi direkt weiter heute geht es zum einen nfl spieler mit dem namen russell okung der nun berichtet hat dass er in form von bitcoins bezahlt wurde das stimmt so nicht aber was damit aufsicht hat das gucken wir uns gleich an außerdem gucken wir uns an warum beim bitcoin preis nun alles möglich ist und zu guter letzt gucken wir uns noch die aktuelle bitcoin marktsituation an und warum ein hochvolumiger anstieg den bitcoin noch weiter ansteigen lassen kann gucken wir uns das allererste thema an und hierbei geht es um den nfl spieler russell okung der nun berichtet hat dass er in form von bitcoins bezahlt wurde 2019 hat er bereits getweetet dass er in bitcoins bezahlt werden möchte das ganze hat natürlich wellen geschlagen 2019 sah die welt noch ein wenig anders aus auch in bezug auf den bitcoin die akzeptanz und so weiter war noch nicht so weit fortgeschritten so wie es in diesem jahr der fall ist und nun hat er am 29 dezember getweetet dass er in bitcoins bezahlt wurde er hat einen vier jahres vertrag bei den carolina panthers als offensive tackle inne und verdient damit also jährlich knapp 13 millionen us dollar man bekommt aber nun mit dass auf einigen plattformen geteilt wird dass die carolina panthers nun also die dieses gehalt in form von bitcoins bezahlt hätten das ist aber nicht der fall denn die carolina panthers haben mit kein telegraph gesprochen und haben noch mal klargestellt dass es hier keine bezahlung in irgendeiner art und weise in kryptowährungen gab aber steht natürlich jedem spieler frei mit seinem geld zu machen was diese person also möchte und das ganze lässt sich auch relativ schnell aufklären denn der nfl spieler hat wohl auch anteile an einem krypto start-up namens strike das am ende dazu genutzt werden kann um geld sofort zu senden ohne gebühren überall auf der welt das ist so der leitspruch den man überall findet und wahrscheinlich hat er einfach werbung für dieses krypto start-up gemacht dann auch in einem der anderen tweets geht es eben um das unternehmen strike außerdem ist er ein bitcoin anhänger das macht natürlich sinn in diesem kontext und er gehört wohl zu den personen die sowieso den bitcoin nicht nur schätzen sondern auch scheinbar aktiv in ihn investiert und deswegen redet er sowieso dazu dass man sich vor einer anstehenden inflation schützen sollte und das am besten in form von kryptowährungen denn der bitcoin wird ja häufig als wertaufbewahrungsmittel gesehen auch von sehr sehr großen unternehmen und deswegen macht diese aussage natürlich extrem viel sinn auch hier muss man natürlich wieder aufpassen in dem fall haben wir glücklicherweise die aussagen von den carolina panthers dass also die bezahlung nicht in form von kryptowährungen stattgefunden hat auch wenn das natürlich eine sehr großartige news gewesen wäre denn dann hätten weitere footballspieler in zukunft anspruch anmelden können und das hätte natürlich die adoption hier weiter vorangetrieben gucken wir uns das zweite thema und hierbei geht es vor allem darum dass mit dem bitcoin preis wirklich alles möglich ist wir haben es mitbekommen der bitcoin konnte sich in den letzten drei jahren massiv entwickeln wir haben zwar 2017 ein all time high von knapp 20.000 us-dollar erlebt das ist aber nichts im vergleich zu dem wo wir heute stehen und zu dem was wahrscheinlich im jahr 2021 passieren wird wir haben einen massiven anstieg miterleben dürfen und egal wo wir hingucken sehen wir großartige bullische news es gibt immer wieder schlagzeilen headlines und so weiter die dazu führen dass der bitcoin natürlich in weiterer folge steigen kann also in dem fall geht es natürlich weniger um die schlagzeilen selber sondern um die dinge die getan worden sind in dem fall gucken wir uns mal einige an diese die in diesem jahr quasi thematisiert werden konnten zum einen haben wir hier den guggenheimer fond der nun verkündet hat zehn prozent in den bitcoin trust zu stecken microstrategy hat richtig viel bitcoin bestände gekauft über 70.000 zu einem durchschnittspreis von knapp 16.000 dollar und konnte damit die bilanzen extrem nach oben und positiv beeinflussen außerdem hat drunkenmiller nun angefangen der nun als milliardär und hedgefonds investor bekannt ist in den bitcoin zu investieren außerdem spricht jp morgan darüber dass investoren gold abstoßen um kryptowährungen zu kaufen und da gibt es auch sehr sehr viele statistiken zu dem ganzen thema diagramme und so die zeigen dass es tatsächlich der fall ist außerdem kommt im kommenden jahr eben auch paypal und damit die möglichkeit kryptowährungen sehr sehr einfach zu kaufen zu verkaufen und zu versenden diese möglichkeiten bestehen wahrscheinlich im jahr 2021 dann auch in deutschland in amerika wurde das ganze bereits getestet wenn man sich dann die city bank anguckt dann merkt man relativ schnell dass auch die analysten dort extrem bullisch sind denn sie gehen davon aus dass der bitcoin im kommenden jahr das heißt also bis dezember 2021 auf 300.000 us-dollar ansteigen kann außerdem haben wir mass mutual einen versicherungsriese der angekündigt hat 100 millionen dollar in den bitcoins investieren dann hatten wir gerade das thema mit russell okung der leider sein gehalt nicht in form von kryptowährungen bekommen hat aber darüber bereits angefangen hat zu tweeten und wir haben zum beispiel auch skybridge capital die eine flutwelle von kapital auf bitcoin bekommen haben beziehungsweise das noch in zukunft kommen sehen heißt also sehr sehr viel kapital bekommen werden um in den bitcoin zu investieren das sind nur einige der news die wir in diesem jahr gesehen haben extrem bullische dinge natürlich allen voran das bitcoin having das wir anfang des jahres miterleben durften sehr sehr spannende geschichten die damit also entstanden sind und es sieht so aus als würden wir dieses jahr extrem positiv abschließen können vielleicht schaffen wir es sogar in den letzten stunden vor 2021 noch die 30.000 us-dollar zu knacken das werden wir uns aber auch gleich in dem nächsten thema noch angucken aber wir sehen auf jeden fall dass 2021 scheinbar noch mehr potenzial für uns bereithält da muss man natürlich aufpassen bei diesen ganzen bullischen aussagen dass man auf dem boden der tatsachen bleibt und nicht irgendwann in dieses fomo gefilde mit reinrutscht fomo bedeutet fear of missing out also das gefühl zu haben dass man zu spät zum beispiel investiert hat das hat einige menschen schon sehr sehr viel kapital in der vergangenheit gekostet die dann emotional geworden sind und angefangen haben bestände schnell wieder zu verkaufen weil die märkte sich wieder angepasst haben oder weil sie kapital benutzt haben dass sie nicht bereit waren zu verlieren und so weiter da muss man natürlich sich herantasten und entsprechende dinge ausprobieren aber man sollte eben auch mit einem gesunden menschenverstand an die sache herangehen und nicht alles über den haufen werfen und blind in einen markt rein stolpern den man nicht versteht vor allem dann nicht wenn eben der bitcoin in dem fall natürlich massiv ansteigt aber eben auch entsprechende korrekturen noch folgen werden davon kann man jedenfalls ausgehen wir haben ja zum beispiel durch die analysen von peter brandt mitbekommen dass teilweise korrekturen in höhe von knapp 30 prozent im durchschnitt sehr normal sind die dann aber in weiterer folge dazu geführt haben dass zum beispiel der bitcoin preis noch mal exponentiell angestiegen ist wir werden wahrscheinlich in den kommenden jahren sehr sehr spannende entwicklungen mitverfolgen dürfen wir gelten aktuell noch als early adapter als personen die also sehr frühzeitig im markt unterwegs sind obwohl der bitcoin bereits kurz vor 30.000 US dollar steht und wir werden wahrscheinlich mitbekommen wie die adoption dazu führt dass noch mehr kapital in den bitcoin und in die kryptowährungen investiert werden das bedeutet natürlich automatisch dass sich der zum beispiel preis des bitcoins weiter anpassen kann und wenn man dann frühzeitig eine position aufgemacht hat kann man davon natürlich maximal profitieren wobei es natürlich keine garantie dafür gibt dass man am ende auch mit einem dicken plus aus dieser geschichte herauskommt auf jeden fall bieten uns einige kryptowährungen richtig viel potenzial es gibt immer mehr die sich mit dem thema auseinandersetzen und sich dafür interessieren und das wird sicherlich im kommenden jahr noch sehr sehr spannende szenarien mit sich bringen was denkt ihr wird 2021 so passieren schreibt es gerne mal unten in die kommentare gucken wir uns das letzte thema an und hierbei geht es mehr um die marktanalyse an sich denn der bitcoin konnte ja die 28.500 dollar durchbrechen steht aber gerade vor den 30.000 US dollar wir haben es mitbekommen dass sich der bitcoin vor allem in den letzten tagen noch mal ein wenig nach oben schrauben konnte und wir haben wieder mal ein neues all time high erreicht das heißt also am heutigen tag konnten wir die 29.000 US dollar durchbrechen was damit also definitiv der höchste stand ist den wir jemals gesehen haben nun ist also die frage wann erreichen wir dann eigentlich die 30.000 US dollar und wenn man sich mal anguckt was der material indicator zeigt dann sieht man dass die verkaufswende in der nähe der marke um 30.000 US dollar auf binance und anderen großen kryptowährungen da sind das heißt also wenn wir keinen weiteren nachhaltigen anstieg des kaufs volumens sehen deuten die verkaufswende darauf hin dass ein anstieg auf 30.000 US dollar einen starken ausverkauf auslösen würde ich bin also sehr gespannt was es hier mit auf sich hat außerdem gibt es einige händler beziehungsweise analisten die darüber sprechen dass es überzogen sei auf über 30.000 US dollar zu steigen wenn man sich zum beispiel das fibonacci retracement anguckt das aktuell bei 1,618 liegt und damit müsste also theoretisch der bitcoin vor einem rückgang stehen und ich bin hier sehr gespannt ob das volumen ausreicht um den bitcoin doch über die marke von 30.200 US dollar zu katapultieren wenn man sich das jahr anguckt dann merkt man dass wir in diesem jahr eine unglaubliche performance hinlegen konnten der bitcoin kurs konnte um über 300 prozent zulegen konnte damit also quasi alles outperformen was es so gibt was man als große zahlen nennen kann egal ob nun den gold oder den dow jones oder den s&p 500 den dax natürlich auch in jeglicher hinsicht konnte der bitcoin alles übertrumpfen was da ist und ich hoffe natürlich dass das in dieser art und weise auch im kommenden jahr von statten gehen wird gut ich hoffe ich hat dieses kurze und informative und vor allem auch letzte video im jahr 2020 gefallen falls es so war würde ich mich riesig über den daumen nach oben freuen und wenn ihr weitere videos zu dem oder anderen themen sehen wollt dann solltet ihr auf jeden fall direkt erst mal ein abo da lassen ansonsten hören und sehen wir uns die tage wieder tschau